Vellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner Live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Vellner Live. Zurück aus dem Urlaub nach zeuglicher Sommerpause sind Josef Schaap. Hallo. Hallo. Peter Restenthaler, schönen guten Abend. Es gab ja einige Themen, die in den letzten Wochen durchaus für Aufsehen und auch Aufregung gesorgt haben. Wir werden über all das heute sprechen. Wir beginnen mit dem aktuellsten Thema, das vor allem in den letzten Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Und da geht es um die FPÖ, da geht es um Hansjörg Jenewein. Ich will jetzt nicht so sehr auf die persönliche Komponente eingehen, aber die politische Komponente, das hat für viele Schlagzeilen gesorgt, dieses Thema. Herr Westenthaler und unter anderem wurde da durchaus auch thematisiert in den Medien, ein Richtungsstreit innerhalb der FPÖ. Also bevor ich auf das eingehe, was die Menschen am wenigsten interessiert, möchte ich einmal vorausschicken, als ich vom Urlaub zurückgekommen bin und lese, und das sind die eigentlichen Themen, dass die Stadt Wien und die Sozialdemokraten hier in der Stadt Wien die Fernwärme ab 1.9. verdoppeln, die Preise, nämlich dafür, dass die sämtliche Gebühren von Müll, Kanal bis Abwasser auch erhöht wird, bis hin zu der dritten Erhöhung eines Jahres der Mieten. Ich habe mir das ausgerechnet, die Wienerinnen und Wiener, die eh schon jammern und eigentlich wirklich leiden unter dem Inflationspaket und unter den Inflationen, die ganz Österreich betreffen, ungefähr 2.500 Euro, kriegen jetzt allein von der Wiener Landesregierung noch einmal 2.500 bis 3.000 Euro im Jahr Belastung durch diese Erhöhungen. Das halte ich für zynisch, für skandalös und für inakzeptabel. Ich bin wirklich der Meinung, dass man da dagegen etwas tun muss. Ich habe mir nicht gedacht, dass eine Wiener Sozialdemokratie mit dem Bürgermeister Ludwig so kaltherzig, kaltschneuzig über die Menschen drüber fährt. Das wollte ich eingangs sagen, weil es das Thema ist, was eigentlich die Menschen bewegt und nicht irgendwelche anderen Geschichten. Zu Ihrer Frage, na, ich möchte schon persönlich auch etwas sagen. Warum soll man nicht persönlich auch zum Hans-Jürgen Jänner werden etwas sagen, den ich eigentlich kenne und was ich sehr bedauere und was mich sehr betroffen hat, was passiert ist. Es hat mich wirklich betroffen gemacht, dass es soweit kommen konnte. Ich bitte mich auch gerne an, als Freund in der Not, also wenn es sein muss und wenn die Familie der Meinung ist, es wäre richtig, bitte mich gerne als Gesprächspartner an, weil oft ist ein Gespräch in alter Freundschaft auch hilfreich für Menschen, die in Not geraten sind. Wissen Sie, ihr erlebt es auch, wenn ihr da sitzt, ich kriege im Jahr nicht viele, aber doch ein paar Mails immer wieder zugeschickt von Menschen, die so in die Enge getrieben worden sind, in dem Fall von der österreichischen Politik, weil sie das Leben nicht mehr mehr leisten können. Und ich habe auch den einen oder anderen Brief, wo sich Menschen, zuletzt eine ältere Dame, die gesagt hat, das Leben ist nicht mehr lebenswert und ich fühle mich so in die Enge getrieben, dass ich überlege, dieses Leben zu beenden. Was mache ich dann? Ich greife zum Hörer, spreche mit diesen Menschen oder versuche mich auch mit ihm zu treffen. Und Gott sei Dank ist bis jetzt noch nichts passiert. Aber das zeigt ja nur, dass es Menschen gibt, die eben auch in Verzweiflung geraten kommen und genau deshalb ist diese, und man muss es jetzt einmal beim Namen nennen, diese Medienhetze, die im Moment da vom Zaum getreten worden ist, gegen auch Hans-Jörg Ennewein und auch seine Familie. Denn was haben wir denn gesehen? Es wurde schamlos drauf losgelogen mit Lügen. Man muss sich vorstellen, es wurde berichtet, er liegt im Koma, die Ärzte kämpfen um sein Leben. Es wurde aus einem Abschiedsbrief zitiert, den es nicht einmal gibt, der frei erfunden ist. Das ist übrigens der eine Journalist aus der Kronenzeitung, der so heißt wie der im Kreml, wie in Moskau, wie der Putin, nur als Weichspüler, der heißt Putin, also nicht Putin, sondern Putin. Und ich verstehe nicht, dass ein Mensch, der so einen eklatanten journalistischen Fehler begeht, nicht hergeht und sich entschuldigt in aller Öffentlichkeit, bei der Familie und auch bei den Betroffenen und in aller Öffentlichkeit. Das passiert einfach nicht. Es ist schlechter Stil. Genauso wie schlecht der Stil ist, jetzt einen Konflikt herbeizubeschwören von den Medien, den es nicht gibt. Und wo man dann Aussagen auch nicht ernst nimmt. Und wo Aussagen hinter vorgehaltener Hand als Meinung veröffentlicht werden. Ich bin wirklich dagegen, wenn man Hass bekämpfen will, dann überall, im Netz und auch in den Medien. Man kann nicht sagen, aufgrund des tragischen Vorfalls der Frau Dr. Kellermeier, der mich auch tief bewegt hat und genauso bewegt ihn tut mir, dass ich mit der Frau nicht sprechen konnte. Aber die wurde in den Tod getrieben durch Hass im Netz. Und ich verstehe nicht, warum jetzt, und das ist so eine Abfolge, eine Zeitenfolge, Medien nicht kapieren, dass auch Hass in den Medien zu fatalen Folgen führen kann. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass man eine Familie nicht in Ruhe lässt, die gerade so etwas erlebt hat. Und ich verstehe noch viel weniger, dass man das Ganze jetzt zu einer parteipolitischen Affäre hochstilisiert, die sie nicht ist. Also da wird gesagt, da wird ein direkter Link herbeigeführt zwischen dem Suizid, vom Suizid Versuch des Herrn Hans-Jörg Jenewein zur Verantwortung des Herbert Kickl. Das ist schäbig, unredlich und abzulehnen. Es gibt diese Verantwortung nicht. Es gibt auch nicht, wie immer berichtet wird, der Hans-Jörg Jenewein war die rechte Hand vom Herbert Kickl. Jetzt ist berichtet worden, der Hans-Jörg Jenewein war die rechte Hand von Herbert Kickl. Der Reinhard Teufel war die rechte Hand von Gerd Kickl. Die Susanne Fürst war die rechte Hand von Gerd Kickl und am Schluss ein oder Walter Großenkranz, weil das war ja sein Kandidat. Also er hat schon vier rechte Hände jetzt, der Herr Kickl. Ich weiß nicht, ist der irgendwo ein Monster aus dem All oder was ich weiß. Es ist so absurd, was da passiert. Und was ich auch meine ist, dass man dem entgegentreten muss. Man muss sowohl dem Hass im Netz gegentreten, nämlich mit, da gibt es Ideen, Klarnamen, dass jeder nur mehr unter seinen Namen und Adresse posten, unter seinem richtigen Namen und Adresse posten darf. Aber das muss auch für die Medien gelten. Und es kann verdammt nochmal nicht sein, dass Medien ihre Geschichten auf Gerüchten aufbauen. Der eine Blaue hat angeblich was gesagt, der andere Blaue ist gegenseitig unter vorgehaltener Hand. Ich bin der Meinung, dass das Mediengesetz derartig verschärft wird, dass man so etwas nicht mehr schreiben darf. Wenn geschrieben wird, und das lerne ich als Erster, in der ersten Stunde Publizistiker an der Universität lerne ich das, ich muss die Quelle nennen. Wenn ich jemanden zitiere, dann ist eine Quelle zu nennen. Nenne ich sie nicht, wie das in einigen Medien passiert, in vielen Medien passiert, dann kommen ja nur zwei Möglichkeiten infrage. Entweder die Quelle existiert gar nicht, das heißt, der Journalist hat es sich erfunden und aus den Fingern gesaugt, wie das jetzt in der Handhabung dieser FPÖ-Geschichte ja vorkommt ständig, was da geschrieben wird. Aufstand, Rebellion. Der Kickl ist gescheitert als Parteiobmann, der muss überhaupt zurücktreten. Also Schwachsinn. Existiert alles nicht. Die Aussendungen der angesprochenen Landesorganisationen, heute Heimbuchen, Oberösterreich, gestern Wien, die alle gesagt haben, alles nicht wahr. Wir sind in ständigen Kontakt. Es gab gestern ein ausführliches, sehr amikales Gespräch zwischen Herbert Kickl und Dominik Nepp, wo es überhaupt kein Problem gibt. Wo das Parteipräsidium der Wiener FPÖ sogar sagt, wir haben das geprüft und es ist eindeutig erwiesen, dass Kickl nichts mit dieser Anzeige zu tun hat, sondern dass das offensichtlich entweder ein Alleingang von jemandem war oder auch nicht, das wissen wir heute alle noch nicht. Und da meine ich, da gehört eine neue Ethik in den Journalismus hinein. Und es gehört meiner Meinung nach per Mediengesetz verboten, dass künftig berichtet wird über Gerüchte und keine Quellen angegeben werden. Da bin ich dafür und ich hoffe, dass das auch passiert. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, weil viele Skandale wahrscheinlich gar nicht aufgedeckt werden könnten, wenn sich jeder immer Namen... Nein, es geht nicht um die Aufdeckung von Skandalen, es geht um das Verwenden von Zitaten als Quelle. Aufpassen. Ihr habt gemeine Zitate. Es kann nicht sein, dass Journalisten, und das passiert leider in allen Medien... Aber das kann ja auch in einem anderen Zusammenhang sein. Nein, aber es kann doch nicht sein, dass sich eine gesamte Geschichte, eine Partei, einen Parteikonflikt, der nicht stattgefunden hat. Es gibt ihn nicht, diesen Konflikt. Er existiert nicht. Er wurde mehrfach dementiert von allen Protagonisten in der FPÖ. Aber nein, es wird weitergeschrieben. Es ist heute auch weitergeschrieben worden, eine Rebellion findet statt, habe ich heute gelesen, gegen den Herbert Kickl, wobei gestern schon das Wiener Parteipräsidium sich hintengestellt hat, heute der Heimbuchner. Ja, wo ist denn das? Und jetzt möchte ich dazu zu einem Punkt, das dauert heute ein bisschen länger. Ja, du wirst verstehen, dass ich halt ein bisschen länger und auch ein bisschen emotionalisiert bin. Warum passiert denn das jetzt alles? Warum wird denn auf... Warum ist denn der Suizidversuch des Hans-Jörg Jenerwein ein böser Suizidversuch und möglicherweise der Kickl wird gleich als verantwortlicher gemacht und der andere ist ein bedauernswerter. Also da wird ja schamlos differenziert. Warum passiert denn das alles? Weil die FPÖ im Aufwind wieder ist. Weil die letzten Umfragen ergeben, dass die FPÖ an der zweiten Stelle ist, irgendwo zwischen 23, 24 Prozent. Wenn man jetzt noch die vom, wie heißen die mit freundlichen Grüßen, MFG, die Partei, die es ja im Moment auflöst, da sind sehr viele ehemalige freiheitliche Wähler, die wieder zur FPÖ zurückkommen, dazu zählt, spielt die FPÖ im Moment nicht um Platz 2 mit, sondern um Platz 1 und deswegen sticht so viele in den Medien, nicht alle, nicht alle Medien, ich differenziere hier, aber sticht so viele Hasser der FPÖ, der Hafer, weil sie sagen, uh, die FPÖ im Bund ist bei den Umfragen 23, 24 Prozent plus MFG sind 27, in Wien der Dominik Nepp ist bei 18 Prozent bei den Umfragen von 7, der Udo Landbauer als Herausforderer der Mikkel Leitner legt enorm zu, die Svacek in Salzburg ist gut unterwegs, der Heimbuchner hatte schon die Wahl, ein tolles Ergebnis, trotz schwierigster Umstände. Der Abwärtsger in Tirol macht das hervorragend, wird ein tolles Ergebnis haben Ende September, jetzt könnte die Steirer auch noch aufziehen mit dem Kunasek, die da hinaufschießen. Das heißt, was hier passiert ist in Wahrheit ein Abwehrkampf des Systems, mit ihrem Systemkandidaten Van der Bellen, mit ihren Systemmedien, ein Abwehrkampf gegen eine FPÖ, die wiedererstarkt ist und da muss man sich ja, glaube ich, dagegen wehren und das macht die FPÖ nicht so schlecht. So, jetzt lassen wir den Josef Tschab auch zu Wort kommen, weil der hat wahrscheinlich eh auch schon ein bisschen Entzugserscheinungen die letzten zwei Wochen bekommen, aber an sich zu dem Thema, und das Thema ist ja auch ein durchaus Ernstes, Peter Westnerl hat es jetzt gesagt und die FPÖ hat es ja auch heute in einer Pressekonferenz in den Raum gestellt, dass da die ÖVP-Giftküche, so hat Christian Hafenecker es genannt, dahinter steckt, also hinter diesen Geschichten. Glauben Sie das auch, dass das Ganze sozusagen politisch gesteuert ist? Ich glaube folgendes, dass es in der FPÖ eine Gruppe gibt, die sagt, Kickl ist hinderlich auf dem Weg zurück in eine Bundesregierung und in der ÖVP eine Gruppe gibt, die sagt, Kickl ist ein Hindernis auf dem Weg zurück in die Bundesregierung. Und da gibt es eine Interessensübereinstimmung, da gibt es tausend, könnte man jetzt tausend Punkte anführen, warum das Verhältnis zwischen der ÖVP und dem Kickl, und der war damals Innenminister und der wollte damals die schwarzen Seilschaften sehr mal genau an den Lupe nehmen und, und, und. Also das sind irrsinnig viele Punkte, würde ich gar nicht jetzt da aufarbeiten, ich bin doch nicht Delegierter am FPÖ-Parteitag, ich würde auch gar nicht dabei sein. Ich bin doch nicht Mitglied. Ich würde gar nicht dabei sein, bin doch kein Freund des Kickl, also ich würde einfach nur versuchen, das sozusagen so zu bewerten, und das ist es, und die würden gern halt ein Revival von Schwarz-Blau machen. Jetzt kommt die Vermischung mit zwei anderen Ereignissen. Ich wünsche mir dem Jenerwein baldige Genesung, ich kenne ihn aus dem Parlament, das ist ein ganz normaler, engagierter Abgeordneter gewesen, mir fällt da kaum was ein. Was er sonst noch gemacht hat, und das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin weder jetzt noch im Untersuchungsausschuss, noch bin ich sonst irgendwie, da kenne ich mich da mit der FPÖ besser aus, aber ich finde, es ist immer eine Frage der Pietät, dass man jemanden, der so einen Schritt setzt, dass man das einmal respektiert und dass man versucht, dass er wieder auf die Beine kommt und dann soll er erklären, was der Hintergrund ist. Und auch, so sehe ich das, ganz, versuche das möglichst menschlich zu sehen. Wir reden aber sehr viel über das, ich finde, dass die Frau Dr. Kellermeyer ein ganz tragisches Beispiel ist. Hass im Netz, die hat sich eingesetzt für das Impfen, für die Impfpflicht, ist nicht meine Politik, ich habe mich nicht eingesetzt für die Impfpflicht. Ich finde, was ich besonders arg finde, ist, wenn bei dieser Anonymität im Internet, wo man sozusagen Hass-Tiraden loslässt und dann nicht einmal dazu steht, das finde ich, das geht nicht. Man muss im Endeffekt dazu stehen und dann ist es noch eine Frage, wie die Sprache ist und wie man das anwendet, man kann ja gar nicht extra dazu sagen, aber das ist etwas, was ich auch besonders arg finde. Was ihr übrigens mit dem System meinst, weiß ich noch immer nicht, das System kenne ich vom Lotto spielen. Da gibt es verschiedene Systemscheine, die kann man verwenden. Ich tue es nicht, weil es sinnlos ist, weil die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist so gering, dass du keine Chance hast. Aber ich habe meine Kritik an den Bundespräsidenten von der Bellen. Da sind wir wieder wahrscheinlich in dem einen oder anderen Punkt einer Meinung, weil ich finde, der hätte sich zu diesen ganzen sauren Wiesen, wie es der Kirchschläger einmal geäußert hat, zu der ganzen Korruptionsgeschichte viel früher, viel ausführlicher, viel gründlicher, viel regierungskritischer äußern können. Er war nur, im Gegensatz zu Türkisblau, da war er auch schon zurückhaltend, schon extrem zurückhaltend, wie Türkisgrün ist. So stelle ich mir das nicht vor. Und dass die ÖVP den jetzt unterstützt, das weiß ich warum. Die sagen, Macht braucht Kontrolle. Und wenn einer uns schon kontrolliert hat, soll es der Van der Bellen sein. Das ist der Hintergrund von der ganzen Angelegenheit. Und ansonsten bin ich grundsätzlich für einen Stil der Auseinandersetzung. Und wir zwei haben doch das immer propagiert. Für einen freundlichen, vernünftigen, respektvollen Stil. Der gilt nicht nur für uns beide und für uns drei da, sondern der gilt generell auch anderen gegenüber und das bemühen wir uns. Und manchmal geht halt das Häferl rüber, das ist ja nichts Schlimmes. Aber jedenfalls für das stehen wir und deswegen schauen auch viele zu. Ich würde mir deine Predigt, wenn ich das übernehmen darf, nur bei Pflicht. Ich habe aber nicht gesagt, der Herr ist nicht mit dir. Naja, aber das hat mir gefällt am Schluss. Das könnte, aber seien Sie es noch bei uns. Aber ich würde mir wünschen, dass das so mancher Journalistin und Journalist dieses Landes auch ernst nehmen würde. Ein bisschen runter vom Gas. Ein bisschen den Hass in den Hintergrund stellen. Ein bisschen die Voreingenommenheit, die man so hat in diesem Land. Nicht alle Zeitungen, nicht alle Medien. Manche Journalisten, die auch historisch gesehen auf diese FPÖ ständig draufhauen, hinhauen, hasserfüllt schreiben, Formulierungen verwenden, die inakzeptabel sind. Da ist ja nur die FPÖ, sondern der Kickl. An denen kann man sich eh die Schuhe putzen. Und da ist dein Appell der Richtige. Würde ich appellieren. Abrüstung der Worte. Aber in den Medien. Und aufhören tragische Vorfälle, die es gegeben hat. Man hat den einen Fall versucht, politisch zu missbrauchen. Nämlich auch den Fall, der von Dr. Kellermeyer ist auch versucht worden, politisch zu missbrauchen. Und noch mehr jetzt den Fall des Hans-Jörg Jene, weil der Gott sei Dank ja nicht geglückt ist, dieser Suizid. Aber auch dort versuchen manche Journalisten, hier Kleingeld rauszuschlagen. Und das jemandem in die Schuhe zu schieben, als hätte eine Person oder eine Partei Verantwortung an sowas. Wissen die überhaupt, was es bedeutet, wenn ein Mensch Suizid begeht, dass das oft eine Mannigfaltigkeit an Gründen hat? Und ich weiß davon, dass das auch beim Hans-Jörg Jene der Fall ist. Da gibt es auch familiäre Gründe, andere Gründe. Das möchte ich gar nicht aufrollen. Aber es ist nicht, es ist mit Sicherheit nicht ein Politiker oder eine Partei. Mit Sicherheit nicht. Und das ist das, der Fide, was auch gemacht wird. Dass hier versucht wird, einen Skandal hochzuziehen an der Schwäche eines Menschen, der nicht gewusst hat, wie es eigentlich weitergeht in seinem Leben und mit dem ich gerne vorher geredet habe. Ich hoffe, ich kann das noch ausnutzen und mit dem Hans-Jörg Jene, ich werde gerne ein Gespräch führen. Ich würde es nur kurz recht geben. Ich glaube, ich wollte keine Predigt halten. Naja, ich wollte es angekommen. Aber wenn du noch Mitglied bei der Kirche bist, dann passt es eh. Dann kann ich weiter predigen. Natürlich. Jedenfalls bin ich der Auffassung, diese Medienkritik oder diese Journalismuskritik, die müssen auch Journalisten auswählen. Absolut. Ich finde, wir leben in einer Demokratie. Und wenn Journalisten Politiker kritisieren, na, no, na. Die brauchen auch den vollen Schutz, dass sie das tun können. Ich bin für absoluten Freiheit dieser journalistischen Tätigkeit. Wir leben da in einer Demokratie, wo das seinen Platz hat. Aber umgekehrt kann auch Politik oder Politiker alle kritisieren, sich selbst, andere, aber natürlich auch Medien und Journalisten. Und ich finde, das ist okay. Ja, vielleicht, also ich glaube, Medienkritik ist zulässig. Und dass da nicht alles, alles sozusagen richtig gelaufen ist in der Berichterstattung rund um diesen Fall ist, glaube ich, auch schon aufgezeigt worden. Insbesondere auch diesen Abschiedsbrief, den Sie angesprochen haben, den es ja definitiv nicht gegeben hat. Aber ich würde trotzdem noch gern, ich will das jetzt ungern vermischen, die Medienberichterstattung und das, was im Fall Kellermeyer passiert ist. Diese ganze Hass im Netz Diskussion. Klarnamen. Und wo jetzt auch diskutiert wird, braucht es eine eigene Staatsanwaltschaft? Wie soll man mit dem umgehen? Braucht es härtere Strafen, härtere Verfolgung? Was müsste man denn Ihrer Meinung nach, um jetzt konkret auch auf den Hass im Netz einzugehen, was müsste da passieren? Würden der Klarnamen Ihrer Meinung nach überhaupt helfen? Nein, natürlich nicht. Oder braucht es da andere? Nein, es braucht schlicht und ergreifend Verbote. Offline nehmen. Ich bin der Meinung, Medien, die es nicht zustande bringen, dass in ihren Foren so moderiert wird, dass solche Anwürfe, Anschüttungen und persönliche Attacken nicht sofort gelöscht werden. Die gehen halt dann offline einmal ein paar Tage, und zwar das komplette Medium. Das ist ja ganz normal. Das passiert in anderen Ländern auch. Wenn das nicht funktioniert, wenn man kein Gesetz zustande bricht und die Frau Sadic jämmerlich versagt in dieser Frage, nichts tut, dann muss man durchgreifen und sagen, okay, liebe Medien, ihr habt es vor, ihr könnt euch das aussuchen, da können die Leute diskutieren, ja, sollen sie diskutieren. Man kann Klarnamen einführen, jetzt sind wir uns ehrlich, es gibt so viele Umgehungsformen für diese Klarnamen, da melden die Leute schon wieder irgendwelche Pseudonyme an mit irgendwelchen Adressen, die es nicht gibt. Also das kann man ja umgehen. Nein, ich bin wirklich der Meinung, wenn in einem Medium nicht, wenn ein Medium nicht ausschließen kann, dass solche persönlichen, hasserfüllten Attacken gegen andere Menschen publiziert werden, dann zur Strafe einmal eine Woche offline und zwar das gesamte Medium. Das löst das Problem. Oh ja, weil dann passen sie enorm auf. Und das Zweite ist, da bleibst du am Drücker, auch was die Medien anbelangt. Und es kann nicht sein, und da hast du völlig recht, es können Politiker, auch wenn sie noch so verhasst sind und auch wenn es viele gäbe, sie können nicht freiwillig sein, freiwillig der Medien. Das geht einfach nicht. Man kann einen Politiker kritisieren, man muss ihn kritisieren, die Medien sind dazu da, Politiker zu kritisieren. Sie sind aber nicht dazu da, Kampagnen gegen Politiker zu führen. Das sind sie nicht dazu da, kein Medium in diesem Land. Und das passiert im Moment. Im Moment wird kampagnisiert gegen eine Partei, gegen einen Politiker. Das ist der Herbert Kickl. Warum? Weil er erfolgreich ist. Weil er die FPÖ von 16 derzeit auf 23 Prozent führt. Das wird im Moment gemacht und das ist einfach abzulehnen. Das lehne ich ab. Kampagnenjournalismus, ich komme ja wieder alte Tücher, der hat Kampagnenjournalismus... Aber jetzt ist es gelebt, den Kampagnenjournalismus. Ja, aber in der Sache. Moment. Der hat sich eingesetzt gegen die Atomkraft. Aber es war Kampagnenjournalismus. Der hat sich eingesetzt... Ja, 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 aber nicht gegen Personen. Nein, das ist nicht passiert. Also gegen Personen und schon gar nicht gegen Parteien, das hat es nicht gegeben. Sondern wir wissen das, das war ein Gotthabenselig, einer meiner großen journalistischen Vorbilder, der Hans Dichern, ich sage das da ganz offen, der hat sehr wohl unterschieden zwischen inhaltlicher Kampagne, die zu führen ist. Na, selbstverständlich kann sich eine Zeitung heute für einen Inhalt einsetzen. Er soll sich auch. Ist ja, war erfolgreich, ging das Atomkraftwerk. Ist war in Ordnung. Oder was der Nobler so gegeben hat für die Natur als möglich. Aber was nicht geht ist, einen Politiker, nur weil man ihn nicht mag und weil man ihn vielleicht sogar hasst, als Freiwillig zu erklären, da bin ich dagegen. Und zwar egal, welchen Politiker ich anbelangt, selbst wenn es den unbeliebtesten Politiker Österreichs, der Welt, Entschuldigung, den Herrn Nehammer betrifft, habe ich jetzt gelesen, war jetzt eine Studie, Nehammer ist der unbeliebteste Politiker der Welt. Jetzt kann man den auch durch Sonnen und Mond schießen, das ist halt ein Faktum. Ich kann über das Faktum berichten. Oder ich kann darüber berichten, dass wieder unter vorgehaltener Hand erzahlt wird, der Nehammer gehört weg in der eigenen Partei. Und das sind die Unterschiede, die ich da herausarbeiten will. Und Herbert Kickl hat es halt geschafft, objektiv, in diesen letzten beiden Jahren der Corona-Zeit an der Seite der Menschen zu stehen. Er hat mit den Menschen demonstriert, er war der Einzige mit dem Dominik Nepp und mit vielen Mitstreitern der Freiheitlichen, die sich, und jetzt bin ich bei der Systemfrage, weil ich dir jetzt erklären möchte, was das System ist, die sich gegen das System gestellt haben. Und was ich meine mit politischem System? Ich meine nicht das Lotto-System, Josef, das weißt du ganz genau. War ein billiger Gag. Nein, das politische System ist das, was man Regierung nennt. Das ist das System mit ihren Trapanten. Da gibt es Trapanten bei den Medien. Und ich meine immer nicht gesamte Medien, immer nur Journalisten. Da gibt es Trapanten in der Wirtschaft. Überall gibt es Trapanten. Und das zusammengezählteste System. Wenn sich dann lustigerweise zwei Oppositionsparteien wie die Sozialdemokraten und die Neos in dieses System einreihen, weil die sind ja nicht mehr unterscheidbar von den anderen Parteien, und sich zum Beispiel hinter einen Präsidentschaftskandidaten scharen, hinter den Van der Bellen, dann ist das nichts anderes wie ein Systemkandidat. Und der hat einen einzigen Herausforderer, nämlich den Walter Rosenkranz, der da aus der Opposition kommt und der der Meinung ist, und er wird es auch zeigen, dass er es besser kann. So, und das ist das System. Das ist aber nicht fremd, das politische System. Aber weil es dir auch nicht fremd ist, kann ich das sagen. Wenn die Blauen an der Regierung waren, waren sie natürlich auch Teil von einem System. Selbstverständlich. Ja, das habe ich das bestreit. Ja, ich sage es Ihnen. Das kannst du jetzt in den Untersuchungsausschüssen aus dem immer heraushören können. Ja, klar. Regierung ist das System. Ja, natürlich. Ja, klar. Also nur, dass wir das immer genauer gewichten, wer da oder der Blei ist. Und das Paradebeispiel eines Systems, das war ja das von Sebastian Kurz, Thomas Schmid, der Skandal jetzt mit diesen zwei Gesellschaften, die mit öffentlichen Geldern umgegangen sind, mit DKT-Papiergeld, mit den Förderungen, Überförderungen, drei Jobs für den Chef von dieser COVAG und so weiter und so weiter. Also das ist System. Das sind wir ja einer Meinung. Man muss es nur nennen. Also ich bin nur dafür, dass man immer... Meine Provokation war erfolgreich. War erfolgreich. Und du hast das hier mit auch genannt. Und damit ist das sozusagen aufgearbeitet. Aber weißt, wenn du jetzt so tust, wie man das jetzt die erste Kampagne gewesen wäre, ich gebe dir recht, es war sehr interessant, dass in mehreren Medien, mehreren Medien, da so geschrieben wurde über Kickl, auch im Zusammenhang mit Jenewein und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo natürlich dahinter ein gewisses Wollen zu erkennen ist. Nochmal, weil ein Teil der Schwarze und ein Teil der Blau der Meinung sind, mit dem Kickl wird das nichts, da gibt es keine Regierung. Weil der ist, aus welchem Gründen auch immer, ist er da der Pelzebub. Ja, die besser wissen die zwei, die das machen. So. Kampagnen aber, Peter hat es immer schon gegeben. Seit Jahrzehnten. Und zwar, in bestimmten Zeitungen lässt man Kolumnisten doch das schreiben mit den Namen. Es ist doch nicht so, dass manchmal, wenn es ganz heiß hergeht, ist überhaupt dann das ganze Medium dabei. Ja, und zwar schließe ich überhaupt kein Medium aus in Wahrheit, wo nicht ein bisschen sozusagen das auch ist. Und ich habe für Kampagnenjournalismus auch nichts übrig, weil es verengt die Wahrheit. Es verengt das Fachlich-Sachliche. Es ist unmenschlich. Es spaltet in der Gesellschaft. Es führt letztlich dann auch unter Umständen zu Hass. Und es disqualifiziert das Medium. Es diskreditiert und disqualifiziert. Ja, man kann doch lesen. Ich mache sonst nicht Werbung für dieses Medium. Aber warum einmal nicht auf Zack-Zack-AT kann man nachlesen. Das komplette Netzwerk, in dem sich der Herr Putin, also nicht Putin, sondern der Herr Putin befindet. Und wo er da herkommt. Und wo er welche Kontakte hat. Und da liegt doch der Schluss wirklich nahe, woher kommen dann diese Falschinformationen, diese Fake-News von einem angeblichen Koma und von einem angeblichen Abschiedsbrief, woraus zitiert wird. Man muss einmal die Perfetiese überlegen. Da wird daraus zitiert, dass er deswegen einen Kickl gemacht hat. Ich meine, das ist ja unpackbar. Ja, frei erfunden. Wenn du beantwortest. Klar, frei erfunden. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und da muss eine verantwortungsvolle Chefredaktion eines solchen Mediums dazu Stellung nehmen und sich dafür zumindest einmal entschuldigen. Das Mindeste, was ich mache, ist, dass ich mich entschuldige. Geschweige denn, diesen Herrn Bullin einmal zur Seite nehme und einmal mir anschaue, in welchen Netzwerken der verkehrt und ob das nicht irgendein Hineingesetzter, möglicherweise Informant einer gewissen Partei ist. Man weiß es ja nicht. Könnte ja sein. Ist ja möglich. Und das ist zu kritisieren. Ich möchte noch zu Sadic was sagen. Ich habe jetzt mitverfolgt, dass die Sadic nicht an neue gesetzliche Regelungen denkt, sondern einfach sagt, man sollte überhaupt die IT-Ausbildung, die Technik, das alles, das hat was. Ich habe jetzt heute am Nachmittag noch mit einem Experten gesprochen, der mir gesagt hat, wir sind so, wozu haben wir ein Digitalministerium gehabt, wir sind so unterversorgt, so untervorbereitet, so unterqualifiziert. Da braucht man einen Deutschen, eine deutsche Internet-Spezialistin, die jetzt bei dieser Geschichte mit dem Suizid der Frau Dr. Hedermeyer, da wirklich einen Beitrag leisten kann. Und das finde ich, da hat die Sadic recht, die sollen einmal aufrüsten, und zwar ordentlich aufrüsten, sonst werden wir den Cyberkrieg nicht gewinnen können. So, vielen Dank für die erste Runde. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über das Thema, das Peter Westenthaler ganz am Anfang dieser Sendung schon angesprochen hat, nämlich die Teuerung und insbesondere natürlich hier auch, gerade gestern bekannt geworden, oder vorgestern, um genau zu sein, die Erhöhung der Fernwärme in Wien. Da gibt es jetzt auch viel Kritik an der SPÖ, die auf Bundesebene vieles... Wien löffelt die Fehler des Bundes aus. Das ist die Wahrheit. Entschuldige mal, jetzt unterbrechen. Also, du musst das korrigieren, die Wienerinnen und Wiener löffeln das aus. Das ist sowieso. Und was ihnen der Ludwig auch tut im Moment. Ich sage ja, Wien, der Ludwig hat denen nichts befreundet, der Fernwärme. Ich befrage Sie gleich im Detail dazu, Sie werden das gleich im Detail erklären. Ich glaube, es gibt auch hier ein bisschen unterschiedliche Meinungen, wenn ich das vorwegnehmen darf, aber ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit Josef Schaub und Peter Westenthaler. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live. Ja, wir kommen bei Felna live. Westenthaler und Schaub zurück aus der Sommerpause. Thema Teuerung. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, über das Thema Teuerung und die Frage, wie das Ganze auch mit der SPÖ-Linie vereinbar ist. Einerseits Kritik an der Regierung, dass da zu wenig passiert. Andererseits jetzt gerade die Erhöhung der Fernwärme und teilweise auch mutmaßlich der Gebühren, ist noch nicht durch, aber wahrscheinlich auch der Gebühren in Wien. Wie passt denn das wirklich zusammen, Herr Schaub? Das passt nicht zusammen, aber es ist so, dass natürlich der wahre Hintergrund dieser Probleme schon der ist. Man hätte seitens des Justizministeriums bei der Miete einfach das nicht freigeben sollen, sondern man hätte sagen können, es soll dieses Jahr wieder keine Mieterhöhung geben. Also es hat schon Gründe, die da im Hintergrund sind, die auf der Bundesebene verortet werden und wo dann die Länder gezwungen sind, das teilweise umzusetzen oder teilweise ihnen die rechtlichen Möglichkeiten fällen, dagegen etwas zu unternehmen. Und daher meine ich, dort, wo es möglich ist, dagegen zu steuern, versucht man das in Wien mit diesen Einmalzahlungen oder mit dem Energiebonus. Das meiste Geld geht auch in die Förderung von Unternehmungen, Sicherung von Arbeitsplätzen und so weiter. Und hat damit erreicht, dass in Wien eigentlich die momentan einen Beschäftigungshöchststand haben. Und nach wie vor, Innsbruck ist die teuerste Stadt in Österreich und Wien gehört nicht zu den teureren Städten. Also es hat sich da schon einiges festgesetzt, das, glaube ich, eine Berechtigung hat, wenn man sagt, es soll die Daseinsvorsorge und es soll halt alles, was Wien so lebenswert macht, natürlich auch in Zukunft funktionieren. Ob man die eine oder andere Erhöhung dann zustimmt oder auch macht, da bin ich in unterschiedlicher Auffassung. Aber ich habe es schon vorhin zitiert, diesen empathielosen, gefühlsarmen Brief der Wien Energie. Das ist unfassbar, wo man da einfach nur rechtlich mitteilt und dann am Schluss noch sagt, da haben Sie noch irgendwelche Fragen auch noch. Also gar, dass nicht der Titel ist, hauen Sie nicht über die Häuser. Also ich finde, das ist unglaublich, da muss man auf das natürlich auch zusätzlich noch reagieren. Aber dass Wien nichts macht, das stimmt nicht. Dass Wien nicht versucht, dagegen zu halten, das stimmt auch nicht. Nur Wien kann sozusagen in manchen Bereichen nur das, was Wien kann. Der Bund könnte da mit Sicherheit mehr tun, was diese Übergewinnabschöpfungen betrifft zum Beispiel. Über das wir da x-mal schon diskutiert haben. Diese Übergewinnabschöpfungen, wo sich sogar der Nehammer einmal die Finger verbrannt hat. Er hat gesagt, dann machen wir doch eine Steuer, wo wir das abschöpfen können. Und dann alle aufgeschüttet haben und gesagt, das ist ein Marxist oder ein Kommunist oder sonst was. Also ich finde, das ist auch auf der Bundesebene anzusiedeln primär, um da die rechtlichen Bedingungen zu schaffen. Wenn ich jetzt schaue, die diskutieren eine Strompreisbremse auf der Bundesebene, halte ich für richtig, die Pamela Rendi-Wagner fordert auch, dass es da im Strom- und Energiebereich gebremst werden muss. Du brauchst eine Datenverknüpfung, du brauchst ein Zwei-Drittel mehr in dem Parlament, damit man das überhaupt machen kann. Sonst gibt es zum Schluss Leute mit zweiter oder drittem Wohnsitz, dass sie zweimal oder dreimal gefördert werden oder Genießer dieser Bremse sind. Also ich finde, das, was möglich ist und was realistisch ist und womit man auch glaubwürdig ist, das versuchen halt die Länder, wo man gerade jetzt Einfluss hat, Burgenland, Kärnten, Wien, natürlich da und über die Sozialpartner, das hat man ja bei der Kurzarbeit, bei den Modellen gesehen, wo die Sozialpartner sehr vernünftige Modelle erarbeitet haben, um da den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu bremsen und in den Griff zu kriegen. Also in der Summe macht die Sozialdemokratie hier eine Politik, um zu vermeiden, dass dieses Land mit den sozialen Errungenschaften in die Luft geht. Und jetzt sage ich noch was, bei den Umfragen, ich hätte einmal jetzt das Glück, dass ich da bei der Umfrage mit kommentieren durfte. Nach wie vor ist die Mehrheit der Österreicher der Meinung, dass dieses Sozialsystem, dass Generationen aufgebaut haben, dass das nach wie vor etwas ist, das Sicherheit vermittelt, und dass man sich festhalten kann und wenn Politiker das auch richtig schützen und auch richtig einsetzen, findet das die Mehrheit in Österreich. Aber zugleich steigt der Unmut über die Teuerungsexplosion, die da vor sich geht. In dem Umfang wird das ja faktisch schon niemand mehr, der hat das irgendwie noch akzeptiert. Vielleicht die paar Milliardäre da oben noch und noch einige andere mehr. Aber der Rest sieht, und der sieht den Hintergrund in dem Ukraine-Krieg, dass das wahrscheinlich die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, die dazu führen, dass wir uns da umbringen wirtschaftlich, dass die Teuerung in die Luft geht und dass da teilweise Regierungen auch nicht national Maßnahmen setzen. Das heißt, manches ist auch hausgemacht. Und deswegen haben wir das da ja immer kritisiert, vor allem das, was hausgemacht ist, weil das ist ja nicht notwendig. Wäre aber, weil die ÖVP sagt, eingreifen in den Markt, das ist nicht ihre Selbstverständnis. Eingreifen in den Markt muss ja auch nicht für immer und ewig sein. Wir wollen ja keine Planwirtschaft haben. Es wird ja keiner ein kommunistisches Österreich nach dem Modell der Sowjetunion haben. Sondern man will einfach nur, dass jetzt der Staat seine Aufgabe als Schützer, als jemand, der sich kümmern muss und die Menschen in Österreich, die hier leben, dass der Staat auch dann halt eingreift und dann auch dafür sorgt, ob das jetzt bei der Tankstelle ist, ob das jetzt bei den Mieten ist, ob das bei der Energiepreise ist, ob das bei den Lebensmitteln ist, dass da hier eingepreist ist. Und bei den Lebensmitteln hören wir, dass sogar die Handelsketten sagen, naja, wir würden eh gern mithelfen. Aber Unilever, Unilever macht Milliardengewinne. Diese Nahrungsmittelsuperkonzerne. Und da ist ein fröhliches Treiben von so Großkonzernen, sowohl im Energiebereich wie im Lebensmittelbereich, die abcashen, abkassieren und die dann im Endeffekt dafür sorgen, dass die Armutsgefährdung immer größer wird und der Mittelstand in sich immer mehr Probleme hat und immer mehr gespalten ist. Und so könnte man das endlos fortsetzen. Und eine regierungsfähige Regierung, eine handlungsfähige Regierung, hätte da im nationalen Rahmen durchaus schon einiges machen können. Bei der EU weiß ich nicht. Ja, da sind die Gegensätze so stark, da ist die Spaltung so groß zwischen dem osteuropäischen Teil der EU, die jetzt eigentlich nur die Niederlage Russlands wollen und am liebsten in Russland einmarschieren, da hätten ein paar einzelne von denen und dann dem westlichen Teil, der sagt, na, irgendwann haben wir müssen aber jetzt zu einem Ergebnis kommen, zu einer Lösung kommen, weil wir sonst uns selber ruinieren. Unsere Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze, unser soziales Sicherheitssystem ist so weit in anderen Ländern vorhanden. Und da sehe ich ganz große Defizite und die sind alle auf der Bundesebene. Das können Länder nicht lösen. Ich meine, sie versuchen es zwar, sogar der Wiener Bürgermeister ist einmal zum Herrn Erdogan geflogen und so, aber im Endeffekt... Einmal mit dem falschen Klitschko geredet. Ja, aber im Endeffekt, finde ich, wird im Rahmen des glaubwürdig Machbaren doch da sehr viel getan von den Parteien, außer von den Regierungsparteien, primär von den Sozialdemokraten. Ist das so? Ja, ich bin echt froh, dass der Josef Chapp ein Mensch mit sozialer Ader ist. Das hat er schon ein paar Mal bewiesen und dass er eigentlich wirklich gestandener Sozialdemokrat ist. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, was da in Wien passiert und ich bin sehr froh, dass der Josef Chapp das sehr kritisch sieht und ich bin mir sicher, er wird da seine Kontakte und vielleicht ein bisschen telefonieren mit dem Ludwig und dem Hanke, dass vielleicht von dieser Sendung aus ein Impuls ausgehen kann, dass diese Belastungen nicht kommen, denn sie sind existenzgefährdend für hunderttausende Wiener. Allein bei der Fernwärme 250.000 Haushalte, die betroffen sind von einer... Von einer Verdoppelung, Alter kann man sagen, Verdoppelung, es ist so unfassbar, man glaubt das ja kaum, was da noch daherkommt. Möglicherweise, wie gesagt, auch jetzt, in einer Zeit wie jetzt, Gebühren für Abwasser, für Kanal, für Müll, auch diese Gebührenerhöhung versteht im Moment keiner und das ist die ureigenste Entscheidung der Stadt Wien. Das heißt, der Wiener SPÖ, die die Stadt regiert und des Wiener Bürgermeisters, der sagen kann, nein, wir lassen das heuer aus, weil es den Menschen dreckig geht. Aber das merkt offenbar. Ich bin mir, glaubt der Wiener Bürgermeister und den ich nach wie vor sehr schätze, der hat auch so eine soziale Ader, so ähnlich wie der Josef Tschapp, aber vielleicht täusche ich mich da, vielleicht erkennt er nicht, dass es den Menschen dreckig geht und nicht nur jetzt beim Heizen und beim Strom, beim Einkaufen, das ist völlig recht, da tun sich Abgründe auf, dass hier auch Lebensmittelkonzerne ihr Körpergeld machen, bis hin zu den Spritkonzernen, das haben wir schon gesagt, die trotz sinkender Mineralölpreise am Rohölmarkt weiter die Preise hochhalten. Jetzt sind sie einmal abgegangen, glaube ich, um 10 Cent, 15 Cent, lächerlich in Wahrheit, gehört noch viel weiter hinunter. So, glaube ich, auch die Arbeiter kommen ausgerechnet, dass wir eigentlich pro Spritladung 12 Euro zu zahlen, noch immer, verglichen mit dem internationalen Preis. Also, das ist wirklich skurril. Ich glaube aber auch, dass Politiker, und da bin ich auch so, auf der internationalen Ebene einfach nicht erkennen und diese Empathie nicht haben, wie das weitergehen kann. Das heißt, was eigentlich, wie diese Entwicklungen, die zum Teil ja auch abgekoppelt von der Auseinandersetzung in der Ukraine laufen, das wissen wir mittlerweile auch, die ganz andere Ursachen haben, etwa am Weltmarkt und am Preismarkt, aber dann es immer wieder schaffen, und jetzt bitte die Regie, den Einspieler, also Einspieler, zwei Fotos vorbereitet, ich sage es dann gleich, da muss man sich vorstellen, mittlerweile, wofür dieser Krieg auch missbraucht wird. Wir sind mittlerweile in einem Stadium des Krieges anbelangt, wo die Ukraine daraus eine Show macht. Wir sind in einem Showkrieg angelangt. Und das ist ja dann noch einmal eine Provokation der Menschen in Europa und auch der Menschen, die für diesen Krieg einzahlen. Und die Preise, vielleicht kann man jetzt das erste Bild einer Delegation einspielen, die vor kurzem, schauen wir uns das an, beim Wladimir Klitschko in Kiew einen Kriegsbesuch abgestattet haben. Auf dem Bild sieht man ganz links außen Nancy Faeser, die sozialdemokratische Innenministerin Deutschlands. Ganz rechts außen der Herr Huber, der ist Arbeitsminister Deutschlands. Die zweite Dame von links ist die Botschafterin und in der Mitte überragend und erkennbar der Herr Klitschko. Alle haben sich wunderbaren Rosé-Sprudel, man könnte auch sagen Champagner in der Hand und es geht einer total gut. Sie haben es extrem lustig. Das ist ein Balkon in Kiew, ein Regierungsgebäude in Kiew. Das Bild war auch in allen Medien, muss man sagen. Ich finde es schenant und ich finde es skandalös, dass man zu einem Showbesuch nach Kiew fährt und dann solche Bilder fabriziert. Wie ist das lustig haben in Champagner? Und dann sagt man uns in Europa, ich müsste für den Krieg zahlen, zweites Bild, um zu sehen, wie auch die Führung in der Ukraine derzeit unterwegs ist. Schauen Sie mal, das ist eine Fotostrecke der Zeitschrift Vogue, die ist eine berühmte Modezeitschrift. Man könnte jetzt sagen, Krieg wird en Vogue, wird jetzt Mode. Die Dame im blauen Gewand ist die Ehegattin vom Herrn Selensky. Unten hat man gestellte Fotos, wunderschön geschminkt, alles vorbereitet mit dem Herrn Selensky. Das heißt, der macht daraus jetzt eine Modenschau aus diesem Krieg. Auch das ist eigentlich unfassbar. Jetzt haben wir es gesehen. Und da frage ich mich wirklich, wer nimmt denn dann noch ernst, wenn plötzlich europäische Staatslenker weiter Milliarden in die Ukraine-Hilfe hineinstecken, wo wir dann so ein Pleizinn finanzieren und wo wir dann Waffen runterschicken, wo der Krieg künstlich verlängert ist, wo uns heute ein bekannter britischer Militärstratege sagt, er geht davon aus, dass in Kürze die erste Atombomben fallen wird, lokal begrenzt in der Ukraine, weil es dort einfach sonst keine Bewegung mehr gibt. Also ich muss wirklich sagen, wir haben eine politische Kaste in Europa im Moment, die völlig abgehoben agiert, die jegliche Empathie verloren hat, die feiernd nach Kiew fährt, wo Modefotos geschossen werden und die auf die Probleme der Menschen, die sie auch aufgrund, nicht nur, aber auch aufgrund dieses Krieges haben, die Teuerung, die Preisgestaltung, alles was da passiert, das müssen die Menschen dann zahlen und die sitzen zu Hause in der kalten Wohnung und dürfen beim Einkaufen durch die Finger schauen und haben bald nichts mehr zu messen, wenn die Vorräte einmal ausgehen. Und das ist ein Ungleichgewicht, wo die Menschen zornig werden. Der Zorn wächst, ich kann nur davor warnen, der Zorn in der Bevölkerung, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa wächst und die Gelbwesten Auseinandersetzungen vor ein paar Jahren in Frankreich waren eine Lappalia gegen dem, was sich da zusammenbaut in Europa. Wenn einmal da die Bevölkerung zu marschieren beginnt und sich das einfach nicht mehr gefallen lässt, wie sie jeden Tag von der Politik verarscht wird, dann weiß ich nicht, was da auf uns zukommt, muss ich ehrlich gesagt sein. Aber was müsste denn passieren gegen die Teuerung? Wo könnte man ansetzen? Weil Sie haben ja selber gesagt, an sich wird Geld in die Hand genommen und es ist gar nicht wenig Geld, das derzeit in die Hand genommen wird, nur es wird anscheinend nicht richtig verteilt. Naja, also wir sehen, dass in Wahrheit vieles einfach völlig daneben geht. Wenn jetzt die Getreideerlieferungen endlich einmal in Bewegung kommen, damit man Hungersnöte in Ägypten und in anderen nordafrikanischen Ländern verhindern kann, wenn man also sieht, wie sich große Konzerne bereichern, wenn man also sieht, dass da weltwirtschaftlich auch von der Ausserationsstruktur, von den Banken, von allem einfach da eine Mentalität vorherrscht, die den Krieg jetzt ausnutzen, um für sich selbst noch zusätzlich Gewinne zu machen, da stimmt ja irgendetwas nicht. Und da ist schon gefragt, die Administration verschiedener Länder, aber auch der Europäischen Union, um da also dagegen zu halten. Und ich finde, was mich besonders schockiert hat, war der Besuch von der Nancy Pelosi jetzt in Taiwan. Es reicht ja, wenn wir schon eine Diskussion darüber führen, ob nicht die Gefahr besteht, dass zu einem atomaren Erstschlag kommt oder dass zumindest Atomwaffen eingesetzt werden, regional, im Krieg in der Ukraine. Aber wenn jetzt noch Manöver sind, ebenfalls Sanktionen, jetzt kommen seitens Chinas gegenüber Taiwan, wenn jetzt wiederum eine Eskalation zwischen den USA und zwischen China stattfindet, wobei man wissen muss, das ist noch ganz eine andere Dimension. Denn es sind viele österreichische, europäische, amerikanische Firmen in China selbst. Ein wichtiger Absatzmarkt ist es dort. Ich glaube, die deutsche Autoindustrie verkauft im Jahr 200.000 Autos allein nach China. China ist als Kapitalinvestor in Europa, in Österreich, in Amerika. Wenn es da zu einer echten Auseinandersetzung kommt, und abgesehen davon, dass wir über Globalisierung dann gar nicht mehr reden brauchen, und dann noch Indien sozusagen mit einbezogen ist, dann hast du den globalen Clash. Dann hast du, meiner Meinung nach, das ist der Weg in den globalen Atomkrieg, nicht der bloße Weg in den regionalen Atomkrieg, bloß in den regionalen Atomkrieg. Und daher finde ich, ist momentan die vordringlichste Aufgabe, um die Teuerung in den Griff zu kriegen, um dieses Missverhältnis, das sich dort darstellt, wirklich in den Griff zu bekommen, den Krieg zu beenden. Den Krieg zu beenden. Ich sehe keine andere Alternative. Und da muss man sich halt dann hinsetzen, aber da muss man dann auch, ich meine, an sich braucht ja nur Washington einmal anrufen in Kiew und sagen, jetzt wird es Zeit, dass verhandelt wird, dann muss er sich hinsetzen. Weil der kann ja nicht, der tut ja nicht mehr frei agieren. Der ist ja komplett abhängig von dem, was die USA da liefern und was die also da beitragen. Und das andere ist, dass auch die Europäische Union sich da Gedanken machen muss. Weil das führt ja dazu, die Umfragen, die wir da behandelt haben, Überteuerung, der Krieg in Ukraine, Schulden, der wirtschaftlichen Misere, Angst, sicherheitspolitische Ängste, das ist ja nicht nur in Österreich so, das ist ja in Europa auch so. Es wird riskiert, die Spaltung, es wird riskiert, auch die Zerstörung der Europäischen Union, es wird riskiert, dass es hier zu einer Auseinandersetzung kommt, die also mit Massenarmut, Massenreizlosigkeit und mit nuklearer Versicherung verbunden ist. Und ich finde, warum, wieso gibt es da nicht ähnliche Initiativen, um da entgegenzuhalten. Und das ist die Wurzel von dem Ganzen. Bis hin zu der verdammten Fernwärmeerhöhung, ja, und bis hin zu den Erdgaspreisen, da musst du dir das ja nur anschauen, Erdgaspreis rauf, runter, rauf, runter, da geht es zu. Die Marktkräfte, und der Putin muss offensichtlich das mit großer Freude registrieren, obwohl er jetzt einmal mit den eigenen Flugzeugen kann er nicht mehr lang herumfliegen, wenn er jetzt schon die vorhandenen ausbauen, weil er keine Ersatzteile kriegt, das kann schon sein, dass das in vielen anderen Bereichen ist. Es kann auch damit enden, dass es zu einer generellen Selbstzerstörung von allen führt, nicht nur von uns, denn selbstverständlich auch von Russland, wo Millionen übrigens die Nasen vorher haben, von dem Regime und gern was anderes hätten. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, stell dir mal vor, wenn dort ein echter Clash ist in Russland selber, und wenn es dort nicht eine klare Nachfolgestruktur gibt und mehr demokratische Elemente, sondern wenn es dort zu einem echten, auch dort sein Clash wird, mit Millionen Flüchtlingen aus Russland Richtung Europa. Ich meine, das müssen wir sich alles vorstellen. Jetzt müssen wir irgendwas Positives noch am Schluss sagen, weil sonst können die Menschen nicht schlafen, weil es ja die Apokalypse ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es positiv ist, aber zumindest leite ich es positiv ein, um noch einmal nach Österreich zurückzukommen, zum Krisenmanagement unserer Bundesregierung. Macht die irgendetwas richtig, irgendetwas gut? Ist irgendwas, was positiv an dem, was da derzeit getan wird? Weil wie gesagt, an sich werden ja 28 Milliarden Euro in die Hand genommen und das ist nicht wenig Geld. Also, auch wenn ich jetzt kurz innerhalb der Nachdenke, fällt mir im Moment überhaupt nichts ein, was da positiv läuft. Es ist schon allein die Zeitschiene eine falsche, denn es kommt die Hilfe nicht daher. Ja, es sind ein paar Hilfsgelder beschlossen, ein paar hundert Euro werden wir alle miteinander kriegen, ja. Vor allem die, die es brauchen. Ich hoffe ich nur, was haben die davon, wenn das irgendwann am Oktober, Mitte, Ende Oktober passiert? Das muss ja jetzt passieren oder hätte schon längst passieren müssen, denn die Zahlungen sind ja auch da, die geleistet werden müssen. Das heißt, die Haushalte sind ja schon überschuldet. Jeder zweite Haushalt ist im Moment insolvent in Wahrheit, wenn man es rein wirtschaftlich ansieht und kann seine Zahlungen nicht mehr tätigen und dann sagt die Regierung vielleicht im Oktober, wenn das funktioniert, kriegt sie was. Also das ist von Haus aus falsch aufgesetzt und wenn dann noch eine Umweltministerin, die Frau Gewessler, um die Ecken kommt und uns dann jeden Tag irrsinnig lustige Spartipps gibt, könnt ihr den neigassen. Also sie hat jetzt schon gesagt, man soll die Kühlschranktür nicht mehr so oft auf und zu machen, Klammer auf, tut eh keiner mehr, weil im Kühlschrank ist eh nichts mehr drin, die Leute können sich das nicht leisten. Dann hat sie, was hat sie noch gesagt? Ja, wir sollen klimaneutral, wir sollen also mehr, wir sollen nicht so viel mit dem Auto fahren. Sie selber hat aber, sie fliegt mit dem Privatjet durch die Gegend und hat um 140.000 Euro ihre Klimaanlage in den Büro einbauen lassen, das nur nebenbei. Und dann sagt sie, ja und wir sollen jetzt Strom sparen, aber gleichzeitig sagt sie, steigt es um auf E-Autos. Wie das geht, weiß bis heute kein Mensch, weil wenn ich E-Autos über die Nacht anstecke an die Steckdosen, kann ich nicht Strom sparen. Das ist die ganze Politik und das Neueste, haben wir das jetzt aufgeschrieben, war ein Dip ihres Ministeriums, kann man nicht vorstellen, dass das von ihr selber kommt, aber es ist von ihr gekommen. Und zwar, man soll jetzt künftig die Essensreste von den Tellern mit dem Besteck abkratzen und erst dann die Teller in die Spüle geben, weil dann braucht die Spüle nicht zu viel Energie. Nein, das ist ja alles unglaublich. Wenn das die Vorschläge offiziell einer Regierung sind, übrigens auch von der Sozialdemokratie, jetzt habe ich gelesen, der Herr Kern tritt jetzt schon wieder so oft auf der Pirata von Tosco-Zell. Der Kern hat jetzt drei tolle Vorschläge gemacht und zwar fordert er Tempolimits, also runter auf der Autobahn auf 100 und sonst auch alles, alle, dann fordert er Temperaturlimits, Sozialdemokrat, das heißt kühl, es soll recht kalt bleiben in den Wohnungen im Winter und dann sagt er, er will auch noch Rationierungen, was er damit genau meint, hat er nicht ausgeführt, ich gehe davon aus, Rationierungen bei der Energie oder vielleicht beim Essen, was meint er da genau, er sagt, also diese Vorschläge kommen von einem Sozialdemokraten, der im Gefüge der Sozialdemokratie, Tosco-Zellberater, gibt Interviews jede Woche, tritt er auf als Sozialdemokrat, auch interessant, also das ist alles nicht meins, meins wäre eher folgendes und wenn man mir sagt, wie lösen wir das aus mit den Sanktionen, raus aus diesen Sanktionen, am Schluss, Österreich muss sich hinstellen und sagen, wir machen da nicht mehr mit und am selben Tag, wo wir aus diesen Sanktionen aussteigen, müssen wir Emissäre schicken zur Gazprom nach Russland und müssen dort verhandeln, dass wir neue Verträge bekommen, ordentliche, dass das Gas gesichert ist, dass wir trotz der Knappheit, die im Moment herrscht, aufgrund diverser Streitereien um Turbinen bei Nord Stream 1, trotzdem unser Gas bekommen, dass wir uns auch öffentlich dafür einsetzen können, dass Nord Stream 2 endlich aufgemacht wird, weil dort haben wir ein Pipeline, wo das Gas zu 100% durchkommen würde, wird nicht gemacht und wo Österreich seinen eigenständigen Weg gegen diese verrückte EU, die sich jetzt übrigens selber zerbröselt gerade, weil die Polen gerade die Kriegsherien von der Leyen abmontiert, auch interessant, es ist jetzt ein Mörderstreit in der EU ausgebrochen, da müssen wir nicht mehr dabei sein bei den Vereinen und schon gar nicht bei den Sanktionen, daher sage ich, Schluss damit, eigenständiger Weg, vor dem Winter noch unsere Vorräte sichern, dann haben wir einen ordentlichen Winter und dann haben wir auch scheide Preise wieder, weil die kann man dann ausverhandeln, so wie das übrigens Weiland Orban macht, der dort auch bereits verhandelt mit den Russen, der seine Energieversorgung gesichert hat, der mildere Preise hat, wie es die Kroaten machen, die jetzt wieder einen Deckel auf Einkommen auf die Falle... Der trägt aber die Sanktionen mit, muss man sagen. Ja, offiziell, offiziell, aber Interrux macht das nicht, das ist dem Wurs, nur das kann es ja Österreich nicht leisten, wir können uns dann die Sanktionen der EU gegen uns nicht leisten, um das geht es ja, nur wenn wir komplett aussteigen, das können wir als neutrales Land und sagen, wir spielen da nicht mit, dann können wir das machen, können wir mehr als alle anderen, weil wir sind neutral, wir sind bündnisfrei und wir können daher sagen, wir spielen bei diesen Sanktionen nicht mehr mit und das wäre die Lösung, nur traut sich das keiner, weil in dieser Regierung keiner die Jojones hat, also auf Deutsch die Eier, das auch umzusetzen und zu sagen, Freunde, Schluss mit uns nicht mehr, wir schauen jetzt, da haben wir jetzt keine Regierung her, die sagt, wir schauen jetzt einmal auf die eigenen Leute, auf unsere Menschen, wir schauen, dass die Preise wieder runtergehen, dass sie das Leben leisten können und da haben Sanktionen, die uns nichts bringen, sondern uns nur schaden und die im Übrigen in Russland überhaupt nichts bewirken, dass die endlich beendet werden, das ist ja der Appell. Also ich bin dafür, dass man viele Sanktionen nicht mehr mitträgt, aber ich meine, den Oligarten, die Schiefe wegnehmen, ich meine ja die Sanktionen, die alle mit Energiepreis zu tun haben. Also das, was uns sozusagen schadet, aus, wir sind ein neutrales Land und ich glaube, wir hätten das von Haus aus überlegen sollen, ob man nicht diesen Weg nicht mitgeht. Aber das ist vergossene Milch, Faktum ist jedenfalls, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt in dem Zusammenhang ist der, dass es generell bald eine Sanktionen-Debatte geben muss, auch in der Europäischen Union und nicht nur eine, ich weiß nicht, wo soll das alles enden? Es kommt wieder um eine Milliarde Dollar, kommen wieder Waffen in die Ukraine. Dahinter ist die zynische Überlegung, wir schicken denen Waffen so lange, bis sie sagen, das ist höfstig, die Russen können wir trotzdem nicht schlagen, also lassen wir es und dann mal halt verhandeln. Das ist das, und die Verräter sitzen dann in Kiew und nicht in Washington und nicht in Brüssel. Das ist meiner Meinung nach dieser zynische Plan, der viel Menschenleben kostet und die Wirtschaft und die Arbeitsplätze und so weiter und so weiter. Und den Klimawandel, wer redet jetzt noch über den Klimawandel? Das ist ja zu Recht manchmal auf Seite 3. Ist ja nicht so heiß im Moment. Ja, ist ja richtig. Also das ist ja sozusagen etwas in dem Zusammenhang, dass du ein leidenschaftlicher Kernleser bist, der zählt nicht. Du kommst ja gar nicht von einem vorbei, der taucht ja jeden Tag irgendwo, der ist wie ein Brotter, dieses Spiel, wo der immer auftaucht. Nein, nein, das machst du und blaßt er ihm auf. Hau den Lukas. Dann ist die Forstbump und blaßt er ihm auf. Aber der ist einfach ein Bürger, ein Sozialdemokrat und aus. Und mehr nicht. Und als solches sollte man ihn lesen, wenn er mit seinen Vorschlägen kommt, wobei er manchmal auch sehr gute Vorschläge hat. Aber die war nicht gut. Die war nicht gut, die war nicht gut, was du zitiert hast. Aber wie es um diese ganzen Erdgas-Geschichten und EEG-Geschichten gegangen ist, das waren durchaus auch, waren auch Vorschläge dabei, über die man durchaus positiv reden kann. Also das, glaube ich, in dem Zusammenhang halte ich für ganz entscheidend und, ich weiß nicht, wann du an der Gewessler abarbeitest, über den Herrn Kasser wird so viel geschrieben in den Medien und dass der da überall Generalsekretär und in Aufsichtsräten sitzt und so weiter. Ich sage dir was, ich habe mir das, ich begann mich zu erinnern, bei dem stimmt eins wirklich, Minister kommen und Minister gehen. Aber der Kasser bleibt. Und ich kann dir auch sagen, warum? In Wahrheit ist er der Minister und zwar schon seit Jahren. Dass man den nie zum Minister gleich gemacht hat, ich habe mich immer gewundert, weil das war im Endeffekt, dass jeder Minister, der dort reingekommen ist, hat ohne Kasser nicht agieren können. Das ist aber ein Sozialdemokrat so viel, ich weiß, oder? Oder wurde zumindest an einem sozialdemokratischen Minister eingesetzt? Ich wollte mir gerade positiv darstellen, dass der einfach wirklich was kann, dass der qualifiziert ist und selbst die Gewässler andächtigen Blick kriegt, wenn es über den Kasser spricht. Weil ohne dem tue es da du schwer, weil der kennt es dort über einen langen Zeitraum und hat offensichtlich Minister gewaltet. Der hat übrigens weniger verdienen, wenn er Minister war. Abschließend noch, würde ich noch, weil wir in der Konstellation noch nicht darüber gesprochen haben, Tirol-Wahl steht vor der Tür, ist jetzt die nächste Wahl, die ansteht. Und auch da gab es in den letzten Wochen immer wieder Berichte, dass das so ein bisschen die Schicksalswahl für die ÖVP und auch für die Regierung werden könnte. Wie lange hält denn diese Regierung noch und könnte die Tirol-Wahl wirklich zum Platzen dieser Regierung führen oder nicht? Also eine Wahl, die tektonische Verschiebungen mit sich bringt, bewirkt immer etwas auch bundespolitisch. Und ich gehe fest davon aus, so wie es im Moment ausschaut, dass die ÖVP dort erstmals, das ist die erste Gelegenheit, die Tirolerinnen und Tiroler sitzen da in der ersten Reihe und haben erstmals die Gelegenheit, ihr Votum auch zu dieser katastrophalen Darstellung der Regierung zu geben. Daher glaube ich, und bin davon überzeugt, dass dort nichts mehr zu retten ist und dass die ÖVP zweistellig dort verlieren muss, weil da kommt ja die ganze Corona-Geschichte und wissen wir ja, was da alles verhockt worden ist. Das wird passieren und dann natürlich beginnt dann eine Diskussion. Die Tiroler haben es in der Hand eigentlich mit einer deutlichen Ohrfeige für die Regierung der ÖVP auch der Regierung einen Denkzettel zu verpassen und zu sagen, so geht es nicht mehr weiter. Und wenn das passiert, dann beginnen die Diskussionen, weil sie laufen ja in der ÖVP, sie sind nur jetzt überdeckt von anderen Dingen, aber sie laufen ja weiter. Es ist ja nicht so, dass das dort vorbei ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, es ist ja was Historisches passiert. Wir haben mittlerweile den unbeliebtesten Kanzler der Welt, der Welt, das hat es überhaupt noch nie gegeben, nach einer Erhebung, ich habe es das auch geschrieben, also an letzter Stelle alle Regierungschefen mit minus, ich glaube, 42 oder 46 Prozent liegt der Kali weltweit an der letzten Stelle. Das muss nicht mehr zu denken geben. Ich denke mir, wenn ich das wäre, ich würde das sofort abdanken. Das kann ja nicht sein. Der muss ja wissen, dass das so nicht weitergeht. Und außerdem ist ja seit gestern und heute der nächste ÖVP-Skandal aufgedeckt worden durch den Bundesrechnungshof. Die Geschichte mit der Kofag. Die Kofag ist also jene GmbH, über die wir diese ganzen Corona-Hilfen abgewickelt haben. Und der Josef wird sich erinnern, wir haben da schon vor einem Jahr der Arne Börr gesagt, das gehört alles einmal am Tisch, das gehört einmal überprüft, was ist mit, wo sind die Gelder hingegangen, an wem und warum. Und jetzt kommt der Rechnungshof mit einem Bericht, Rohbericht, der jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Und da stehen Dinge drinnen, ein Mörderskandal. Der Geschäftsführer, ein Habschi von Thomas Schmidt, von, ja genau, von dem Thomas Schmidt, den wir alle wissen, mit seinen Chats, ein in der Wolle gefärbter Türkiser, der dort hineingesetzt worden ist, ein Doppelgehalt bezogen hat mit bis zu 700.000 Euro, muss man sich einmal vorstellen, für einen sehr kurzen Zeitraum als Übergangsgeschäftsführer bis hin zu Aufsichtsräten, die da offenbar willkürlich Aufträge erteilt und verteilt haben, bis hin zu, muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, 21 Millionen Euro für externe Berater hat dieser Koffer aus Steuergeldern am Ende bezahlt. 21 Millionen, unfassbare Summe. Und außerdem wird man sich noch genau anschauen, wer hat tatsächlich diese 14 Milliarden, 14 Milliarden wurden ja ausgeschüttet, wer hat die gekriegt? Wo ist der Hauptteil hingeflossen? An welche Firmen sind die in einem Einflussbereich der ÖVP gestanden oder nicht? Also da hat ja der Untersuchungsausschuss schon wieder ein komplett neues Kapitel, da muss sich darum kümmern. Also das muss im Untersuchungsausschuss, muss dieser Rechnungshofbericht natürlich bearbeitet werden und die müssen alle geholt werden. Vor einem Monat. Der Herr Geschäftsführer, die Aufsichtsräte der Koffer, die müssen alle geholt werden. Das ist ein weiterer Mörderskandal im Einflussbereich der ÖVP. Vor Monaten haben wir das gefordert. Vor Monaten haben wir gesagt, wir möchten haben, dass all das, was jetzt im Zuge der Pandemie da an Hilfen für die Unternehmungen geleistet wird. Und wir haben ja sofort, wie das begonnen hat mit dem Virus, diese Institution beschlossen, eingerichtet. Und dann haben wir immer gesagt, na wer kontrolliert das? Wohin geht das? Wieviel ist das? Die haben kein Ohrwaschler gehört. Ich glaube, währenddessen Regierungsmitglieder bei uns zuschauen und kein Ohrwaschler werden, müssen die Rechnungshofleute sehr wohl bei uns zugeschaut haben und offensichtlich gesagt haben, na da wollen wir doch einmal hineinschauen und haben die Lupe genommen und haben einmal reingeschaut. Also dieser Bericht ist der nächste Hammer. Also ich finde, wie die ÖVP aus dem Ganzen rausgekommen will, die kann sich da, die wird das endet wirklich mit einer Auflösung, wie bei der Demokratie, Christiana. Und Tirol ist ja schon ein Beginn. Kein ÖVP-Name mehr, nichts soll mehr an die ÖVP erinnern. Die Leute wird dumm verkauft. Aber glauben Sie, dass diese Tirol-Wahl auch, sage ich einmal, eine potenzielle Neuwahl im Bund einleitet oder nicht? Nein, ich glaube, die haben, das sind Lemminge, politische Lemminge. Auch das gibt es. Gibt es ja nicht nur in der Tierwelt, sondern auch so politische Lemminge. Die wollen ganz bis zum bitteren Ende gehen. Und das ist denen auch völlig wurscht. Weil die wollen noch Strukturen schaffen, die man nachher schwer wieder verändern kann. Die haben ein totales machtpolitisches Prinzip. Die privatisieren öffentliche Gelder anscheinend. Die privatisieren öffentliche Einrichtungen. Das ist ein Verständnis an Staat, Republik, an Dingen, die eigentlich den Menschen gehören. Das ist ein Verständnis. Da ist man fassungslos, wenn man das so zu höchst mitverfolgen kann. Und der Untersuchungsausschuss war da genau richtig. Da haben wir übrigens gefordert. Ja. Um da auch einmal hineinzuleuchten. Und das ist jedenfalls einer von diesen Konsequenzen. Also ich glaube, auf Bundesebene kann es sein, dass die da auch nicht mehr unter den Namen ÖVP antreten. Sie sind eh schon sicher. Türkis, Schwor. Das sind ja letztes Mal auch schon. Das letzte Mal war ja schon Liste kurz. Liste kurz, Liste ich, kurz, alles mögliche. Wie heißen Sie denn in Tirol jetzt? Liste Matle, glaube ich. Matle. Das sind jedenfalls nur für die, die sind an erster Stelle, die man nicht wünschen soll. Wir drei, die die Innenpolitik genau verfolgen. Wir haben jetzt kurz nachdenken müssen, wer ist das überhaupt jetzt? Matle. 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 Ja, bitte. Gott, danke. Mit der Hilfe ist es jetzt gegangen. Und wenn dann der durchschnittliche Tiroler und die Tirolerin, der geht zur Wahl hin und sucht die ÖVP. Nein, aber darf man da einen kleinen Tipp geben? Es ist eigentlich ganz einfach, die Partei, die als erster steht im Zimte, die wählt man nicht, weil das ist die ÖVP. Nur, dass man es weiß. Die anderen sind dann die anderen, aber das ist ja die nächste Wählertäuschung. Der Naumann muss weg. Der Herr Nehammer, der wird überhaupt, der kriegt Einreiseverbot in Tirol, der darf nicht mehr auftreten. Soviel zum unbeliebtesten Kanzler der Welt, der Welt. Also, ich muss sagen, es geht ja weiter. Das für dumm Verkaufen der Menschen geht ja seitens der ÖVP ungebremst weiter. Ungebremst. Wirklich. Das muss ich mir mal vorstellen. Und daher haben es die Tiroler in der Hand, sich nicht für dumm zu verkaufen. Aber abschließende Frage, gibt es noch eine Neuwahl im heurigen Jahr oder geht sich das nicht mehr aus? Ich glaube, heuer wird sich das schon allein vom Vorlauf nicht mehr mehr ausgehen. Und nachdem ja der Systemkandidat Van der Bellen auch von der ÖVP und von allen anderen Parteien unterstützt wird und diese Wahl am 9. Oktober ist, geht sich dann der Vorlauf einfach nicht mehr. Da müsste ja jetzt dann schon das Parlament sich auflösen. Wir wissen, was dann Vorlauf und Gefe von drei Monaten. Also für heuer wird sich das nicht mehr ausgehen. Apropos Präsidentschaft, wir haben da noch was mitgenommen, Josef Tschab, weil du auch noch überlegst, ich habe da eine Unterstützungserklärung mitgenommen für den Dr. Walter Rosenkranz, der einzige Herausforderer von Van der Bellen. Das wird also das Match werden, Van der Bellen-Rosenkranz. Bis 2. September kannst du das noch ausfüllen und einschicken. Der wird ein tolles Ergebnis machen und wird am Ende mit in die Stichwahl gehen und das darf ich daher feierlich überreichen. Ich hoffe, dass du diese Enttäuschung jetzt erträgst und diese Frustration, dass ich das nicht machen werde. Ich habe aber auf OE24 den Marco Pogo jetzt vor kurzem in einem Interview gesehen. Ich muss sagen, gar so unbegabt. Vielleicht ist das auch Alternative. Nein, nicht, dass ich den wählen will, aber gar so unbegabt. Und er hat auch gewechselt. Kein Bier mehr, sondern Wasser. Das ist einmal echt was anderes. Was für viele Fans eine Enttäuschung ist. Die Bier-Fans werden sich wieder abwenden von ihm. Aber es war zumindest so, dass der erklären hat können, warum er kandidiert will. Wir leben in einer Demokratie. Jeder hat das Recht, wenn er die nötigen Unterschriften hat, dass er das macht. Und damit hat sie die Geschichte. Und ich müsste mich halt jetzt auf Euren-Rosenkranz konzentrieren und nicht da intern. Ich habe es schon unterschrieben. Und mir dumm tun. Schaut nicht gut aus. Schaut gut aus, wie du denkst. Schaut super aus. Gott. Also, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier mit den aktuellen Nachrichten des Tages.